Wie geht es euch heute im Kursbuch, Lantino 2, Kistierung 29, Thema, die Spielsachen. Und am Anfang, ich habe eine Frage, was ist denn das? Das heißt auf Deutsch, die Spielsachen. Noch einmal, die Spielsachen. Also wir hören jetzt einige Worte und ich wünsche Ihnen, sprechen Sie Sarah. Wir beginnen jetzt. Lantino 2, Kistierung 29, 3 W, hört zu und sprich genau nach Übung an. Computer, Uhr, Schlitzschuhe, Pony, Uhrringe, Fernseher, Schildkröte. Schildkröte, Schildkröte, Handy, Handy, Schirr, Kamera, also wir sagen was, noch einmal. Lantino 2, Kistierung 29, 3 W, hört zu und sprich genau nach Übung ein. Computer, Computer, Uhr, Schlitzschuhe, Schildkröte. Kamera, 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 auch noch einmal. Alexander, Kistierung 29, 3 W, hört zu und sprich genau nach Übung. Schließlich, ich möchte von Ihnen schreiben, wie Sie wollen.